2. Beistandschaft Artikel 308 Absatz 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kinderschutzbehörde dem Kind, einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt. Absatz 2 Absatz 3 Absatz 3 Artikel 309 gibt es gar nicht, weil er aufgehoben wurde durch Ziffer 1 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2013 mit Wirkung seit 1. Juli 2014. Das heisst, ich schreibe dann einfach Artikel 308 und 309. Ich könnte zwar auch einfach Artikel 309 vorlesen und sagen aufgehoben, das wäre auch eine Möglichkeit, aber so ist das eigentlich auch klar. Da muss man sich halt das 308 noch anhören, aber es kommt aufs Gleiche raus. Was die Resultate betrifft, ist das Gleiche.